Wie hat der Sklavenkreifer in der Galerie gesagt gehabt zu den Sklaven? Wasser ist genug für alle da. Nein. Bin ich nur einer. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, es gibt heute doppelte Eximperation. Da fragt einer, was die schlechte? Sagt er, ja, der Käpt'n will die Wasserskifahrt. Ich glaube, da bin ich verstanden. Da bin ich gereinigt. Der Kleine ist komplett auf dem Leben gesetzt. Ein Ruderschiff. Mit Galerie. Musst du rudern. Ach sie, wir müssen viel schneller rudern. Hallo. Dafür stehe ich mit meinem Namen.